106 Abgeordnete des US-Kongresses haben in einem Brief am Donnerstag Außenministerin Hillary Clinton aufgefordert, Informationen über den Organraub an Lebenden in China herauszugeben. Würde das Außenministerium bekannt machen, was es weiß, würde dies helfen, das Morden von politischen Gefangenen durch die chinesischen Behörden zu stoppen. Die Abgeordneten interessiert auch, welche Informationen Wang Yijun, der frühere Polizeichef von Chongqing, bei seiner Flucht ins US-Konsulat in Chengdu im Februar den USA mitgeteilt hat. Der Brief kam weniger als einen Monat, nachdem bei einer Kongressanhörung Mediziner und ehemalige chinesische politische Häftlinge Beweise über den Organraub durch Chinas Regime präsentiert hatten. 10.000 religiöse und politische Häftlinge sind wegen ihrer Organe von der KP Chinas getötet worden, darunter Uiguren, Tibeter, Hauschristen und Praktizierende von Falun Gong. Wang Yijun soll bei seiner Flucht ins US-Konsulat, insbesondere zum Organraub, bei noch lebenden Falun Gong-Praktizierenden Aussagen gemacht haben. Für Dr. Arping Chang, Sprecher des Falun Dafa Informationszentrums, ist es bedeutsam, dass so viele Abgeordnete ihre Unterstützung kundtun. Indem sie dieses Verbrechen öffentlich enthüllen und es öffentlich verurteilen, werden die internationale Gemeinschaft und die breite Öffentlichkeit, sobald sie informiert sind, diese Gräueltat nicht tolerieren, Organe von Bürgern zu entnehmen. Ja, das ist die Atrösten, von den Organs aus den individuellen Mitgliedern.